Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Und heute dachte ich mir, gehen wir mal ein paar Inseln besuchen und sammeln. Oh, das war wohl nicht ganz tief genug. Diese haben eine Schatzkarte, die so Ort zeigt. Rüsten sie die Schatzkarte? Okay, also ich wollte sagen, wir gehen ein paar Inseln besuchen und sammeln ein paar Sachen, die wir für Ausrüstung und so weiter brauchen. Oh, eine Schildkröte. Hey, Schildi. Oh, die ist ja cool. Schatzkarten. So. An dem großen Stein. Der da? Ja, hier soll es auf dieser Insel, glaube ich, Rehe, Hirsche, irgendwas geben. Genau, da sind sie ja. Und die brauche ich, glaube ich, für... Na, für Gesundheits-Upgrade 3, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist das jetzt der große Felsen? Da ist der Rad. Nein, ich wegrenne. Ja, so eine brutale Folge, aber... Es muss ja leider sein, das Spiel zwingt mich dazu. Ja, genau, jetzt Gesundheits-Upgrade ist verfügbar, stand da gerade. Herstellung. Die sind jetzt Upgrade 2. Was können wir denn... Dazu brauchen wir weißer Wal, Pistolen, Munition, Wildschwein, Hammerheil. Pistolen-Munition wäre gar nicht so schlecht. Auch Bombenbeutel. Alles gar nicht so schlecht. Was brauchten wir denn für Pistolenholz da? Buckelwal und Krokodilleder. Naja, wir werden einfach ein paar Inseln besuchen und dann sehen wir ja... Äh, was wir da so zusammenkriegen. Wenn nicht, können wir es ja auch verkaufen. So, ich wollte hier nochmal schauen. Norden der Insel ist ein großer Stein mit Palmen. Na, das muss doch denn hier sein, oder nicht? Und davor soll... Hier? Hier, da haben wir unsere erste Schatztruhe entdeckt. Mal sehen, was drin ist. Schlangen-Gallionsfigur. Ausgrabungsleiter sind wir jetzt. Oder haben wir bekommen, besser gesagt. Und anscheinend ist das Animus-Fragment da oben. Okay, da müsste ich mit dem Bäumchen da hinkommen eigentlich. Ach nee, ich wollte mich nicht fallen lassen. Ich wollte noch weiter hochklettern. Genau. So, zwei von zwei Animus-Fragmente haben wir. Eine Truhe und ein Geheimnis können wir noch entdecken. Das ist wohl das Geheimnis da, die Schatzkarte. Noch eine Schildkröte. Na, Kollege? Dem hat wohl ein bisschen Wasser gefehlt. Hm. Bei einer Mühle. Auf einer anderen Insel. Oh, da sind ein paar Wachen. Aber ich interessiere mich nur für die Truhe da hinten. Was machen die denn da? Die laufen alle ineinander und kommen nicht vorwärts oder was? Ich könnte ja mal nur so aus Spaß... Hm, schade. War ich anscheinend zu weit... Achso, ich habe ja auch so Pistolen, die auf kurze Distanz funktionieren. Anscheinend. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Oh, was? Ich dachte, die sind alle gestorben durch die Explosion. Na gut, dann sterben sie halt jetzt. Ist mir doch auch egal. Oh, geil. Ganz cool, dass jetzt auch die Umgebung eben so benutzt wird. Quasi, auch wenn er da dran sich abstößt oder die Leute da dran schmeißt. Sieht immer sehr cool aus. Ja, Rauchbomben ist immer gut. Die sind manchmal wirklich der Retter in der Not. Und jetzt holen wir noch die Kiste und dann haben wir ja alle Sachen hier gesammelt. Da hinten ist schon wieder eine Finkatte oder so. Eigentlich können wir auch noch ein, zwei Rehe vielleicht. Da unten ist zum Beispiel... Oh, da ist auch eins. Hey, Rehe. Hey. Jetzt muss er ja erstmal nachladen. Jetzt sehe ich hier gar nicht. Ach gut. Schildi wieder. Das war sehr schlau. Mal wieder. Aber das kennt man ja inzwischen. Das macht euch hoffentlich nichts mehr aus. Diese Patzer. Was? Ich dachte, das rennt noch weg. Aber es wollte nur fliehen und ist dann... Doch. Gefallen. Ja, Knochen bekommen wir von denen auch. Damit können wir Pfeile machen. Ey. Ach, Mann. Wo ist es hin? Ja gut, egal. Wir gehen jetzt zurück zur... Na. Jackdaw wollte ich gerade sagen. Wir nehmen noch das Reh mit und dann gehen wir zurück zur Jackdaw. Hirsch. Oh, da war da gerade ein Delfin oder so. Irgendwas ist da gerade aus dem Wasser gesprungen, kurz. Und dann besuchen wir einfach die nächste Insel und gucken, was da so lebt. Es gibt ja schon einige Inseln auf der Karte, die wir entdeckt haben durch Vorbeifahren. Guten Tag, Captain. Guten Tag. Captain ist am Steuer. So, schauen wir mal. Was ist das hier? Was ist die erste? Hm. Okay. Was haben wir hier? Andreas Island. Da gibt es Leguane. Was haben wir hier? Was soll das sein, das zweite? Weiß ich nicht. Ich glaube, hier gab es Wildschweine. Ja, genau. Es sieht so aus. Dann reisen wir doch mal dahin. Für Wildschweine kriegen wir irgendwie einen Beutel mit Munition oder so. Ich habe es ja eben noch kurz überflogen. Hier ist ja voll die bewohnte Insel anscheinend. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich gerade nicht erinnern. 7000 Real haben wir auch schon wieder zusammen. Das ist ganz gut. Dann können wir uns mal ein paar Upgrades kaufen. Vielleicht demnächst. Mal gucken, was es so gibt. Ist das noch ein Synchronisationspunkt? Ja. Das sah wunderschön aus, aber das war so nicht geplant. Ich wollte doch... Ich springe halt runter. Ach, Edward. Manchmal macht er mir das Leben schwer, der Gute. Jetzt zum Beispiel. Warum ist er da nicht... Jetzt, also... Manchmal denke ich, ich sollte lieber den Controller aus der Hand legen und einfach, weiß ich nicht... was anderes machen. Die Götter fangen ja jetzt auch schon an zürnig zu werden, weil ich hier so ein Mist fabriziere. Oh, schön. Aber es sieht ganz cool aus. Animesfragment. Nehmen wir zum Glück auch noch mit. Es sah gerade kurz so aus, als würde ich wieder daneben springen. So, was haben wir hier noch? Truhen. Boah, da sind Wildschweine. So eine Schweine. Kommt her. Kommt her. Schweine Schweine. Schweine Schweine Schweine. Boah, ist das schnell. Das krieg ich ja niemals. Der interessiert sich nicht für mich. Das ist auch ganz schön. Die auch nicht. Ja. Hm? Ey Schweine. Mann. Habe ich es erschossen? Ne. Sieht mir nicht so aus. Dann habe ich den hier zur Strecke gebracht. Na. So. Tritt die Tue auf. Tue. Ahja. Wo ist das er denn? Harpoon Stufe 3. Wird dadurch freigeschaltet durch die Karte. Was ist denn jetzt? Jetzt äh. Irgendwann hat es ihn nicht interessiert und jetzt macht er hier so einen Stress. Schau. Ah ja. Ja. Na Kollege. Ganz schön hinterrücks, wie du auf mich geschossen hast. so jetzt brauchen wir trotzdem noch ein wildschwein geht ja so nicht kann ja nicht gehen ohne ein wildschwein erlegt zu haben man ich jage hier jetzt ich wollte doch dir gar nichts böses tun mann 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 immer die überfürsorglichen wachen so herstellung beutel für pistolen munition kaninchen brüllaffen panta panta ochs 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 das ist dieses symbol was ich vorhin nicht erraten konnte ach führt da kann ich doch eigentlich mal kann ich auch mehrere gleich herstellen anscheinend nicht dann mache ich halt mal von jedem vier so das ist ganz gut ich bin gespannt wenn wir den wurfpfeil bekommen so ein animus fragment noch und dann haben wir die insel auch erledigt ja wildschweine brauchen wir anscheinend gar nicht mehr ich weiß es nicht es bietet sich immer so an wenn man auf einer insel ist auch ein paar davon mitzunehmen aber wenn man immer nur eins braucht weiß ich gar nicht ob sich das so lohnt denn man kann das ja verkaufen aber ich weiß nicht wie wertvoll das so ist schweinchen komm mal her boah ich wollte ich die im rennen noch erledigen und dann machen die einfach so was so wo ist das schweinchen hin eins nehme ich noch mit einfach zur sicherheit dass ich mal noch noch einen pelz dabei habe falls da noch was neues kommt und so ich bin guaranteed es wird schweithaub und hier sind ja ganz viele 1993 ー so zurück zu deckhall vielleicht sind wir noch eine kleine insel auf die Schnelle. Was ist hier? Pirateninsel? Great Inguiana. In Nagua meine ich natürlich. Da kann ich noch nicht hinreisen. Gibt es noch irgendwas, wo ich hinreisen kann? Hier oben. Florida. Da ist nur noch eine Kiste. Achso, das war das, wo wir eigentlich die Kisten die Kiste geöffnet hatten, aber das nicht so angezeigt wurde. Gut, dann gehen wir halt hier noch auf diese Insel. Oh, hier ist ein Schiff gestrandet. Sieht ja ganz cool aus. Salzlake. Das hatte ich ja schon mal mit dem Väter und so. Ist cool, da können wir mal drauf gucken auf das Schiff. Da ist bestimmt auch was versteckt. Was ist das? Affen. Anscheinend. Die sahen mir sehr affig aus. Okay, das ist der falsche Baum. Menno. Komme ich hier hoch. So komme ich hier hoch. Zack. So, nächste bitte. Noch ein Fragment. Zack. Ich hoffe, ich sehe noch einen Affen, der nicht gerade wegrennt. Das da? Ach nee, das ist doch wieder nur ein Leguan. Ja, da war der Leguan weg. Das ist ja eine richtige Manowar, die hier liegt. Warum kann ich mich eigentlich nicht in die Hängematte legen und einfach eine Runde chillen? Das wäre besser für alle Verteiligten. Dann kann ich auch nicht mehr so ein Mist machen. Ah, hier waren anscheinend Piraten. Wie komme ich denn jetzt hier? Ach, da. im Hintergrund hört man vielleicht Kanonenschüsse. Oh, die Flasche nehmen wir noch mit. Flaschenpost. Komme ich hier hoch? Erstmal probieren. Ne. Schade. Ich wäre gerne mal gucken gegangen, was da so ob es da was Spannendes gibt. Vielleicht kommt man ja auch irgendwo hoch, weil irgendwo ein Baum in der Nähe ist oder so. Quik. Noch ein Leguan mitgenommen. Ich bin jetzt ja ein In... In... Wie auch immer. Irgendwas mit I. So. Flaschenpost. Flaschenpost. Joa. Wie gesagt, ich werde das nicht vorlesen. Das dauert mir dann doch etwas zu lang, diese ganzen Briefe. Aber so ein bisschen sammeln kann man zwischendurch schon mal machen. Hoffe ich zumindest, euch das nicht zu sehr langweilt oder so. Ich würde noch einen gern von diesen anderen Tierchen... Ach, da. ist ja noch einer in der Nähe zufällig. Natürlich nicht. wo ist er denn hingerannt, sag mal. Ah. Na toll. Oh, Manu. Ach, den wollte ich jetzt noch erlegen vor Ende der Folge. Kann doch nicht so schwer sein. Jetzt wird es hier langsam dunkel. Ich sehe ihn nicht mehr. Gleich sehe ich ihn wieder und dann rennt er wieder weg. So wie ich mich kenne. Ach, Mann. Komm her, Pantherchen. Oder Leopard. Oder was auch immer du bist. Sei kein Feigling. Ist er da hinten? Hat sich da gerade was bewegt? Oder war das eine Oase? Ich wusste es. Gibt es doch nicht. Dafür sehe ich jetzt, wo er hinrennt. Das ist ja schon mal positiv. Ja. Das war auch unglaublich schlau einfach wieder. Jetzt aber. so. Und mit diesem Katzenpelzchen, Ocelotpelzchen, verabschiede ich mich von euch. Und hier sieht es aus, als könnte man hoch. Ich komme nicht zum Ende. Ich komme nicht zum Ende. Naja, ich kletter hier noch mal kurz hoch und dann verabschiede ich mich für diese Folge und danke euch fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.